Und damit, hallo und herzlich willkommen zurück in einer neuen Folge von Ori and the Blind Forest. So, wir sind jetzt hier im Baum und wollen hier eine auf dicke Hose machen. Ich, äh, das Spiel hat gespeichert, schön. So, nicht mein Freund. Wie mach ich dich denn auf? Muss ich einfach nur tritten? Mir bin ich sicher. Ich muss dich mit deinem eigenen Scheiß beschießen lassen. Ja, genau. Geh kaputt, bevor es anfängt. Äh, was soll ich tun? Warum tut dir denn dein eigener Scheiß nicht weh? Ey, warum kommst du überall? Ja, komm, 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 komm. Noch einmal, noch einen Schuss. Hab ich. Nice. Easy. Easy, pup easy. Soll ich speichern, oder? Okay, aber da unten ist noch was. Warte. Au. Warum sehe ich denn da? Ich speichere hier her. Okay, Moment. Easy, geil, gut. Das war, glaube ich, richtig gelöst. Geil. Okay, und nein, das war zu spät. Das war richtig. Okay, weiter geht's. Ich hab zwei, aber ich brauch vier. Weiß, ich muss. Hier rein. Ja, genau richtig. Fast genau richtig. Alter, jetzt spring da drauf. Ach, da bin ich. Man weiß ja nie, wo man ist. Nice. Easy, instant, einfach weggerockt. Weiter geht's. Weißt du? Nö. Okay, da oben ist noch was. Und das ist wohl... Tief aus dem Inneren dieses Stammes höre ich die Schreie der Essenz. Riem war agil. Er sprintete durch die Luft. Hörte auf seine Stimme. Denn er verbreitet die Weisheit. Gib mir deine Weisheit. Dreifachsprung. Oder wir kriegen jetzt diesen Ansturm. Das wäre natürlich auch geil. Du hast den Stoß erlernt. Um diese Fähigkeit zu benutzen, musst du hübsern. Bei Laternen oder bindlichen Projektteilen. Blablabla. Gut. Geil. Gut. Wie geil ist das denn? Du kannst deinen Feind stoßen, nutze. Okay. Ach, damit kann ich die... Gut. Ach so. Damit stu... Ich muss mich natürlich in die Richtung stoßen und ihn in die Dacheln. Ich glaube, ich muss den benutzen, um da hochzukommen. Ähm. Könntest du nochmal wiederkommen? Ah, danke. Komm her. Bring mal. Bring. Danke. Nice. Okay, das ist ja nochmal eine richtig geile Fähigkeit. Kann ich das auch benutzen? Wie cool ist das denn? Au. Ich wollte nur wissen, ob es erstmal geht. Ich kann das in eine Richtung beschleunigen? Alter, das ist gar nicht so einfach zu kontrollieren. Geile Sache. Hey, komm. Ups. Zweiter Knopf. Hey, das ist voll geil. Okay, das ist... Jetzt wird es richtig heftig. Okay. Warte. Alter, wie geil ist das? Denn damit ist es voll viel möglich. Kann ich auch euch benutzen? Ne, ne? Doch. Alter. Wie cool. Ne, das kann ich nicht benutzen. Das Projekt hier kann ich benutzen. Ne, ich muss in die Richtung. Danke. Moment, ich gucke mal kurz, ob hier was ist. Komm mal, schieß mal her. Hey, du musst ein bisschen weiter schießen, bitte. Alles gereicht? Ja, nicht. So, aber. Geil. Einfach coole Fähigkeit, ey. Ne, das war jetzt zu cool. Eine Energiezelle gefunden. Cool. Ja, damit bin ich hier durch. Aber ich brauche sicher, um wieder zu escapen. Also, die Fähigkeit ist der Oberhammer. Und tschüss, Sikowski. Ich wollte mich verarschen. Ups. Wollte ich nicht? Ne, in die Richtung. Ich muss. Mist, nicht ganz. Ey. Okay, das ist schwer. Das ist... Achso, ja klar. Ich habe vergessen zu speichern. Nicht kurz. Ja, ja. Aus... Ja, ja. Man lernt ja. Nein, du sollst... Nicht sterben. Mist. Das war nicht der Plan. Und tschüss. Warte. Lass mich auch noch mitnehmen. Das ist so eine coole Fähigkeit. Ah, ne, ich muss erst mal... So. Ja, das war zu. So, ja. Das macht mir... Ohlava Witz, Leute. Das macht mega Spaß. Und tschüss. Das macht einfach... Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Das macht einfach Spaß. Das so zu benutzen. Komm, schieß nochmal. Peace. Mist. Mist. Okay. Mann. Mach nochmal. So wie eben. Yeah. Genau, ne neue Energiezelle. Wissen wir jetzt. Komm her. Alter, das... Das sind einem so viele neue Möglichkeiten. Das ist ja der Oberhammer. So, aber jetzt speichern wir erst mal. Ach, aber erstens lüft es mich im Auge. So. Und ich habe noch ewig lange Zeit. Geil. Kann ich jetzt einfach nur... Egal. Nein, komm. Das macht so Laune. Das ist ja schon der Oberhammer. Das ist richtig heftig. Oh, ich bin so mega... Ich bin auch mega leid. Ich weiß das selber. Aber ich bin so konzentriert, weil es einfach... Man will es halt einfach schaffen. Die sind schon da. Oh, oh. Lass mich raten. Jetzt muss ich die Fähigkeit nutzen. Ja. Nicht meine Hellste Idee, aber... Ja, ja. Das ist relativ schwer. Bis wir tatsächlich für das Pulp-Tiel nutzen können, um wegzuschießen. Komm, schieß mal hier. Fies mal hier. Geil. Einfach nur geiler Bossfall. Komm nicht drauf. Mist. Lass es ein bisschen tiefer hängen. Ist da oben noch was? Da ist doch 100 Prono was. Und ich komme einfach... Ich komme natürlich dran. Das Herz des Ginso-Baums bewahrte das Element des Wassers einst sicher auf. Doch nun ist es verdorben, gänzlich verfault und verwest. Alter. Wir müssen ihm helfen, es heilen und den ganzen Schmutz beseitigen, indem wir den Verfall rückgängig machen. Und zwar auf beiden Seiten. Oh, das klingt doch mal eindeutig. Oh, das klingt doch mal eindeutig. Aber... Ich gehe jetzt erstmal mal ganz kurz gucken. Oh, hier ist ja die Tür aufgegangen. Achso. Achso. Das ist gut. Speichern ist nicht schlecht. Boah. Wir haben schon so viele Kugeln. Ich weiß gar nicht, wie man insgesamt kriegen kann. Auf beiden Seiten. Also, gehen wir erstmal nach rechts. Äh, was war das? Geh, ich kann... Wurde ich aber richtig gut zielen, ey. Ja, früher gibt es schon mal keinen. Doch, gibt's. Was? W-was? W-was? W-was mache ich denn da? Is' ich dir ernst, oder? W-w-was mache ich denn da? Wo muss ich denn damit hin? Scheiße Okay Das ist definitiv nicht einfach Was muss ich denn damit machen? Okay, hier sind überall diese Teleporter, aber Ja, ich muss es hier gegengleiten, damit es aufgeht Okay, das klingt ja easy Ergibt nochmal, probieren wir es nochmal Nicht geschafft Nochmal versuchen Alter, das ist cool und gleichzeitig mega schwer Oh nein Mist Ich habe die Fackel da oben ja völlig vergessen Mist, der war schlecht Okay, versuch Nummer 3 Und 20,4 Die Million Tschüss Zu spät getötet Ich fluppe Egal Jetzt schaffen wir das Bestimmt Ich würde ja erstmal auf der anderen Seite gucken gehen Aber ich will das erst wissen, wie es geht Also ich weiß, wie es geht, aber Schaffen meine ich So, okay, okay, okay Komm, komm, komm Das müsste reichen Yes Alter, wie heavy, aber wie geil Alter, wie geiles Rätsel Einfach nur geil Tut mir leid, aber muss ich sagen, es ist echt Ist hier noch was, wofür man das braucht? Nee Aber wofür ist dann hier dieses Ach, vielleicht zum verwirren Hallo? Hallo Supergeil Muss ich ehrlich zugeben Supergeiles Rätsel Okay Okay, wenn es auf der anderen Seite jetzt auch nochmal so geil ist Dann, okay Cool Okay, hier muss ich definitiv Projektile nutzen Glaube ich Ich bin nur gerade am gucken Lass mich doch mal in Ruhe Gucken Ich will nur gucken Komm her Habe ich dich geklatscht Nein Oh, puh Nein, in die Richtung Ich will nochmal den Jumper Oder ich kann auch die Spine nutzen Ich muss nur Rüh genug, genau Ja, klar Alles andere Okay, danke Danke Ich liebe euch alle Ihr seid meine Freunde Ich brauche hier nochmal Spinner Komm mal bitte Ja, oder so Kannst du mich hochschießen Danke Und danke Was war das? Ah, ich bin Level abgekommen Alter, habe ich mich gerade erschrocken Ich bin noch mal hier hoch, bitte Freund Sprich Freund Und trete ein Binne? Bist du noch? Headshot Alter Moment mal Soll ich eine Sache ganz kurz machen Dafür, dass sie so nett war? Idiot Ahem Okay, das war irgendwie Einfacher Glaube ich Habe ich es geschafft? Jetzt können wir das Element des Wassers wieder herstellen Wenn wir diese Aufgabe erledigt haben Liegen noch zwei weitere Ports Damit ist das Wasser wieder grün Ich sterbe Oh lol Achso Ich muss abhauen Das hätte mir meiner sagen können Da muss ich hin Ich komme nicht Oh man, Alter Okay, das sagt einer Ich dachte, das wäre jetzt was Gutes, dass das Wasser wiederkommt Das könnte knapp werden Aber ich schaffe es Ich brauche was Schieß was Bitte Danke Nächster Und tschüss Oh, komm schon Komm schon Oh, ist das geil Oh, ist das geil Oh, ist das geil Oh, schieß, schieß, schieß Nein, schieß nochmal Schieß nochmal Schieß Bitte Danke Und nochmal Nein Oh Gott Nein Nein Oh, das war so knapp Oh, das war so knapp Er hat es nicht mehr genommen Nein Oh, jetzt mache ich aber viele Fehler hier Das schön ist, dass es dann so anhält hat die Zeit, ne Oh, schieß, 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 schieß Schieß, schieß doch Bist du unfair Oh, schieß Und tschüss Na, Mist, das wollte ich eigentlich jetzt haben, aber hey, komm, das war jetzt zu spät, ja. Okay, schade. Versuche nochmal vier. Oder so. Komm, schieß, spring! Bitte schießt doch, schießt doch, schießt doch, schießt doch, schießt doch. Oh Gott, im Himmel braucht der immer lange zum Schießen, ey. Und hepp. Komm, hepp, hepp, hepp. Danke und danke und danke und danke und tschüss. Ich will nicht sterben und tschüss. Oh nein. Oh Mist, ich will alles haben. Aber das weiß man ja vorher nicht, wo das kommt und wo nicht. Ich hab den gerade ausfällig, glaube ich, zweimal misiert. Oh ja, der war richtig gut, der war richtig gut. Wie kommt man da denn drüber? Habe ich das mit dem ersten Mal geschafft? Komm, schießt, schießt. Danke. Ich dachte, der fängt den oder so, aber no. Alter, Leute, ich bin so angespannt. Ich kneif gerade so die Arschbacken zusammen. Komm schon. Und hepp. Und hepp. Und ist hier noch was? Nein, okay. Viel verstanden. Weiter. Ist mir egal. Das eine kleine Ding brauche ich jetzt nicht unbedingt. Aber zum Beispiel, das hier will ich unbedingt haben. Nein, 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 nein. Schade. Okay. Das war aber knapp. Aber ich werde, glaube ich, besser, oder? Was sagt ihr? Ich lebe noch, noch lebe ich. Schieß, 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 schieß. Danke. Okay. Und hepp. Ja, geht doch. Geht doch, geht doch. Bis jetzt ist wieder alles gut. Nein. Oh, gib mir das doch. Ist das aufgeklatscht. Okay, Leute. Irgendwann schaffe ich das sicher. Spring, spring, spring. Tschüss. Ich will das ohne die Spinne kriegen. War ja jetzt. Das war richtig schlecht. Aber egal. Schieß, 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 schieß. Schön, danke. Okay. Und tschüss. Oh, ja, genau. Das war richtig gut. Ja, der war wieder zu spät. Der hätte ich nicht abspringen dürfen, sondern einfach durchziehen. Okay, das ist aber echt nicht so einfach, wie es ausschaut. Ich glaube, es sieht nicht mal einfach aus. Was schön ist, eigentlich, bei dem Anwesen kann ich mir Zeit lassen, weil... Äh, was? Ja, dann... Ja, ja. Okay, gut. Dann sammle das halt nicht. Ich lebe noch. Jeez, das ist zu spät. Oder? Okay, das könnte knapp werden, aber... Nein! Ey, komm schon, das gibt's doch nicht. So diese kleinsten Fehler, die einem dann echt alles rauben. Nein, ich brauch doch die Spinne. Oh, der war zu spät. Aber egal. Na, oh, komm schon! Das ist so dumm. Das ist einfach so dumm. Oh, komm. Jetzt, aber... Egal. Zwei Leben weg ist nicht so schlimm. Komm schon, komm schon. Ja! Okay, ich dachte, durch das Springen habe ich das verkackt, aber... Oh! Ja. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Oh, Gott. Ja, komm! Komm, 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 bitte! Oh, ich tu mir das nicht... Oh, nicht schon wieder! Das ist nichts zum Abspringen. Ich Idiot! Ja, das war richtig gut! Nein! Oh, Mist! Da ist ja nichts mehr zum Abspringen. Okay, Leute. Irgendwann schaffe ich das bestimmt. Ich finde es echt nicht leicht, ne? Also, tut mir echt leid, dass ich das jetzt so sage, aber... Oh, ja, wieder gegen die Spinne gesch... Ja, genau, sammelt es doch nicht ein... Wofür denn? Ja, bin ich vergasen. Weißt du, ich spring da rein, aber volle Ome! Weißt du? Nö. Ey, komm schon, das ist doch nicht dein Scheißernst. Komm, schieß, 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 schieß. Also, ist auch okay. Hätts eigentlich höher schießen können, aber... Führ denn! Nein, komm schon! Komm, Uri, bitte! Wow! Der war knapp, der war knapp, der war... Der war knapper. Und tschüss, und tschüss. Ja, damit, und tschüss. Nein, nimm das! Jetzt schieß ich mich genau da rein, und... Ja, dich habe ich nicht gesehen, auch gut. Schieß, bitte noch mal! Nein! Schieß noch mal! Oh, jetzt habe ich es nicht gegrappt. Alter, ich flipp aus dem Hemd. Ich flipp so aus dem Hemd. Jetzt hat er das nicht gegrappt, dieses... Die Energiekugel. Okay, aber ich werde besser. Hauptsache, da meine reinhauen. Schieß, 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 schieß. Egal. So, okay. Läuft. Ey, jetzt! Komm, Uri, bitte! Bitte! Direkt! Ja! Komm, 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 komm! Eher damit! Eher damit! Eher damit! Eher damit! Ja, sehr gut! Und hoch da! Und schieß! Danke! Und noch hin! Ich lebe! Auf jeden Fall irgendwie! Nein! Wofür habe ich den jetzt abgebrochen? Ich idiot! Komm schon! Schieß nochmal! Schieß nochmal! Schieß nochmal! Bitte! Danke! Oh, komm! Komm, 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 komm! Oh, Leute, war das knapp! Oh, ist das ein Nervenkitzel! Er ist das hart! Alter, das ist so geil! Das spießt der Hammer! Alter! Wie heftig! Oh, diese dämmliche Eule! Oh! Ich muss jetzt irgendwie kämpfen? Bitte nicht! Würdest du einfach weggehen? Jetzt waren wir gerade einmal oben! Oh, das ist so geil! 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 Uri, ich fürchte schon, dich Kankuro's Fänge des Hasses verloren zu haben, aber Gumo hat dich gerettet und uns vor einem unbestimmten Schicksal bewahrt. Nice! Das Wasser ist wieder klar und da sind Fische drin. Doch sieh her, der Ginso-Baum ist wieder hergestellt und Nibbles Wasser ist wieder klar. Wir haben jedoch keine Zeit zu verlieren und müssen uns sputen. Das Element des Windes ist als nächstes dran. Es ruht tief in den Eldens Ruinen. Im Nebelforst gibt es einen Schlüssel, der die Tore dorthin öffnet. Ja, cool. Warum haben wir denn hier schon Prozent? Okay. Einfach nur, weil wir wissen, dass er existiert. Okay, Leute. Spiel gespeichert ist gut. Können wir schwimmen? Wir können schwimmen! Okay, und die Fische greifen uns an. Lass mich in Ruhe. Können wir schneller schwimmen? Wir können schneller schwimmen. Wir können richtig schwimmen. Ist ja geil. Ist das... Okay, aber der Part ist leider schon lange zu Ende. So, von daher, Leute. Spiel gespeichert. Wir machen noch kurz die Punkte. Wo wir nämlich mit zwei jetzt endlich den Ultra-Stoß erhöht den Schaden und ermöglicht es, dich durch feindliche Formationen zu stoßen. Mehr damit. Erhöhnt ihn durch den Geisterschweifursachen-Schaden noch mehr. Geisterschweif? Ah, durch die Geisterflamme. Krass. Okay, cool. So, Leute. Das war Uri für heute. Wir sehen uns im nächsten Part. Hau da rein. Danke fürs Zuschauen und Tschüss. Ich hoffe, ihr hattet genauso viel Spaß dabei wie ich, denn es ist mega spannend einfach nur. Geil. Hau da rein. Bis zum nächsten Mal.